Jo Leute bevor das Video beginnt eine Sache kurz folgt mir auf Twitter und Instagram auf Twitter heiße ich zockerboy auf Instagram heiße ich zockerboy111 und ja Leute momentan läuft der God of War 3 Remastered hier auf dem Kanal und ja ich hab mir jetzt eine Liste gemacht mit kommenden Let's Plays die kommen werden und ja der erste Punkt ist Batman Return to Arkham ja Leute Batman Arkham Asylum und Arkham City werden neu aufgelegt mit besserer Grafik und so weiter die Spiele sind schon mal für PC rausgekommen aber jetzt werden die Spiele neu aufgelegt für PS4 mit besserer Grafik und so weiter habe ich auch gerade eben schon gesagt und ja als zweites steht bei mir auf der Liste Watch Dogs 2 ja Leute der Hauptprotagonist in Watch Dogs 2 wird Tyson Marcus Holloway und das ganze Spiel spielt in San Francisco und das Spiel kommt im November diesen Jahres raus und ja als drittes steht bei mir auf der Liste Uncharted The Nathan Drake Collection das heißt Teil 1 Teil 2 und Teil 3 von Uncharted Uncharted 4 und ja als viertes Uncharted 4 und ja als viertes Uncharted 4 leider auch der letzte Teil von der Reihe aber ich hab so gelesen dass dass vielleicht vielleicht ein Uncharted 5 kommen soll weil Naughty Dog hat ja gesagt mit Teil 4 ist jetzt Schluss also von dem Entwicklerstudio und dass halt ein neues Entwicklerstudio die Reihe dann weiterführt mit Uncharted 5 so als nächstes Lego Star Wars 7 ja was soll man dazu sagen ist halt dann wieder ein typisches Lego Spiel zum Film Star Wars das Erwachener macht Episode 7 und als letztes steht bei mir auf der Liste Injustice 2 ja Leute das Spiel kommt aber erst nächstes Jahr also wird auch dann nächstes Jahr das Let's Play kommen Leute und ja falls ihr wissen wollt was Kenway so vor hat für Spiele die er Let's Play möchte oder will den Link zum Video findet ihr unten in der Videobeschreibung und ja ich hoffe es waren Spiele dabei die euch zugesagt haben falls ja schreibt es mir in die Kommentare welches Spiel entweder Batman Return to Arkham Watch Dogs 2 Uncharted The Nathan Drake Collection Uncharted 4 Lego Star Wars Episode 7 oder Injustice 2 und ja das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben welches Spiel euch zugesagt hat welches ihr euch kaufen möchtet und ja Leute dann würde ich sagen falls euch gefallen hat das Video lasst einen Daumen nach oben da abonniert und ja und dann würde ich sagen hören wir uns schon morgen wieder zum nächsten Part von God of War 3 und oder halt zum nächsten Video und ja Zockerboy Game Over Ciao 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 Vielen Dank.